Hallo, ich darf euch an der Mittelschule Absam herzlich begrüßen. Aktuell besuchen unsere Schule 340 Schülerinnen und Schüler und es würde mich sehr freuen, wenn du im kommenden Schuljahr auch unsere Schule besuchen würdest. Ich darf euch nun zu einem Rundgang durch die Schule einladen. Die Führung werden Schülerinnen und Schüler der 3b übernehmen. Erinnerst du mich noch an das alte Video? Ja, sicher. Ja, aber wir schauen, wie es alte aussieht. Fix! Jetzt zeige ich euch noch ein paar Sachen. Bitte schön. Ich zeige euch jetzt einmal einen Klassennastag. Und, was ist das? Nein, aber schau mal an die falsche Klasse. Und jetzt schauen wir uns in die richtige Klasse. Die nächsten Tage machen wir eine Verb bowel-Pärbung. Wir brauchen ja gar nicht mehr. Ah ja, stimmt. Sollen können wir ja trotzdem. Jetzt sind wir zwar nicht mehr so oft da, aber war von unserem Anno-ICTL. Jetzt geht man in die Aula! Und das ist unsere Aula. Und Klos gibt's allen. Das ist für uns auch. Und jetzt gehen wir in die Physiksaal. Mit dem immer noch großen Waldraum basteln. Und den schauen wir uns jetzt an. Und da tun wir ganz viel basteln. Das macht ganz viel Spass. Und 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 wir können vorherbauen. Und dass derjenige an wake auf der Synche ein nóier ist. Und das macht das also, und das macht den Matsch an. Wenn wir setzen und charkeln. Wann holen du hier aus? Vielen Dank.